Der Zunahmicrofon mit den Fortnite-Laternenprüfungen und dort gibt es wieder geile Gratis-Items abzuholen, unter anderem auch ein Rückenaccessoire. Also geht auf die Seite, die ich euch in die Kommentare auch nochmal posten werde, drückt auf Anmelden. Dann müsst ihr Fortnite spielen und diese Herausforderung von dieser Seite machen und dann nur noch die Belohnungen bekommen. So, dann drückt ihr einmal hier auf den Anmelde-Button, dann geht das Ganze schon los. Nachdem ihr euch mit eurem Epic Games Account Konto angemeldet habt, seht ihr hier schon Willkommen und euren Gamertag. Dann beginnt das Ganze auch schon und ist jetzt schon live aktuell. Die Challenge für heute ist, Eliminierungen zu machen und für jede Eliminierung bekommt ihr einen Punkt. Habt ihr jetzt einen Punkt gemacht, bekommt ihr direkt schon das Emoticon für Tag 1. Wenn ihr 35 Kills macht, habt ihr den täglichen Punktemeinstein erreicht. Den braucht ihr auch auf jeden Fall für das Rückenaccessoire, also macht es am besten schon heute, dann habt ihr schon mal den ersten Meinstein fertig. So, heute bekommt ihr für einen Punkt dieses Emoticon, an Tag 2 für einen Punkt bekommt ihr dieses Emoticon. Das Ganze geht dann auch weiter zu Tag 3, da bekommt ihr für einen Punkt den verschwitzenden Johnnessy als Emoticon und an Tag 4 für einen Punkt das Ranger-Zucken im Spiel. An Tag 5 könnt ihr direkt alle Emoticons auf einen Schlag bekommen, dafür braucht ihr auch nur einen Punkt. Aber ihr braucht auf jeden Fall einmal die Punkte-Bonus-Meinsteine für die Lackierung und wenn ihr dieses Rückenaccessoire haben wollt, was ich euch auch empfehle, dann braucht ihr zwei Punkte-Meinsteine. Also fangt auf jeden Fall am besten heute damit an und macht heute im Laufe des Tages 35 Kills, dann habt ihr schon mal den ersten Bonuspunktemeinstein erreicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen, lasst mir gerne ein Like da, wenn ihr neu seid, droppt ein Abo, wir sehen uns, haut rein!